Willkommen wieder zu einer Runde LOL. Immer noch gleiche Aufstellung mit dem super tollen Flo, hey. Roffel, du hast LOL gesagt. LOL. Roffel. So, ich spiel Jinx und du spielst Tam Kench. Tam Kench, ganz genau. Der ist relativ strong. Hab ich aber noch nicht gespielt. Aber als Support hab ich ja genug Zeit dann hier irgendwie auszuprobieren. Weißt du, warum ich kein höheres Level hätte? Nein. Einfach nur um diesen Spell zu haben, den die immer haben. Diesen Teleport Spell, den du auch hast. Ich hab ja nur diese schnell laufen und mich heilen. Du meinst den Flash? Flash hätte ich gerne. Ach, du hast noch gar keinen. Ab wann gibt's denn Flash? Ich glaub 10. Bin mir da nicht sicher. Ich hab eben geguckt, ich hatte noch keinen Flash. Vielleicht irre ich mich jetzt auch. Das Gute ist, Ash in unserem Gegnerteam scheint das auch nicht zu haben. Also es ist auch noch ein niedriges Level. Das heißt, wir werden einfach immer auf die Ash gehen. Einfach immer volles Mett aufs Gesicht von der Ash. Wir sind alle bei 100%. Was ist da los? Wir auch nicht. Die Ash hängt noch. Warum hast du einen anderen... Achso, dein Rahmen um deinen Dings bedeutet, dass du Platinum bist, oder was? Nee, Holz. Holz ist das. Holz 5 war ich letztes Jahr. Holz 5? Ja, nicht so gut. Verwirrt. Ja, ich auch. Mag sein, dass ich letztes Season irgendwie in Platinum 5 gerutscht bin. Unverdient. Oh, ich muss ja noch kaufen. So, ab wann muss ich mir eigentlich das Blaue immer kaufen? Dann würde ich mir das mal merken. So Uplevel. Wenn's in Richtung Teamfights geht. Also wenn wir so in Richtung Mitte laufen. Warum können wir denn nicht immer so schnell laufen? Das ist immer nur so hier beim Start. Guck mal hier. Weißt du, bei Hotz hab ich immer... Ich bin ja gar nicht bei dir in deinem Ehemann. Macht ja nichts. Kann ja auch ein bisschen alleine rum. Weißt du, bei Hotz hab ich immer... Also auf der Stormlight immer einen Mount, mit dem ich rumreiten kann. Ja, bei WoW hab ich auch immer einen Mount. Du hast ein tolles Mount. Das war ein Spektral-Tiger. Ich hab auch den Gladiator-Drachen von der Season 1. Ja, ich bin auch deswegen sehr, sehr neidisch, weil der ist so stylisch. Dieser Gladiator-Nether-Drache. Ich hätt den so gerne. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ich keine Möglichkeit auslasse, zu erwähnen, dass ich mal Gladiator bei WoW war? Ob ich wohl was zu kompensieren hab? Ob ich vielleicht irgendwie, ja? Guck mal, weißt du was... Weil du ja gegen Senkmeyer mal verloren hast. Das kann ich verstehen. Hab ich nicht. Doch, klar. Nicht mitkommen. Ich ärgere die noch ein bisschen. Die ist vielleicht AFK. Ja, egal. Kann ja trotzdem ein bisschen ärgern. Hallo. Kannst du ihn auch mal anschießen. Jo. Hallo. Glaube, den je kriegen wir. Der ist auch noch falsch geflasht. Colen, die holen dir. Ah ja, ist meiner. Okay, klaust du mir meinen Kill. Egal. Komm, wir gehen zurück. Kann wir jetzt auf die Lane gehen? Ah, wir haben schon mal einen Kill gemacht. Oh, du musst auf die Lane. Ah, nein, nicht da lang, nicht da lang. Ich habe einfach nur dahin geklickt, dass ich dahin will. Ich habe vergessen, dass sie den kürzesten Weg nimmt. Oh, so einen Puls habe ich. Über 200. Das war ja... Aufregend. Ja, ja. Du last hitest, ne? Versuche ich. Du last hitest. Jojo. Das kriegst du schon hin. Hatte das meiner? Hacker. Was mit Hacker? Lecker. Nom, nom, nom. Ich hacke? Ja. Ja, das stimmt. Ja, wie soll ich denn sonst auch dich carryen? Ah! Mein falscher Minion angeklickt hat, noch das Gold bekommen. So bin ich nur Level 1? Ich weiß immer nicht, was ich zuerst... Buoy ist ja klar, aber was danach immer... Flammen? Äh, wie? Wie, diesen Slow, der so weit geht. Ah. Den musst du immer haben? Genau. Habe ich natürlich jetzt nicht geskillt. Nee? Das E ist... Pass auf, ich gehe jetzt mal einen aufessen. Ah. Oh, cool. Dann gehe ich jetzt mal die Tussi hier aufessen. Kann ich noch nicht. Na ja, schade. Kann Minion vielleicht mal essen. Oh ja, macht ja ganz gut Schaden, wenn ihr ihn essen. Ich mache hier einfach nur meinen G. Du machst einfach nur deinen... Bis ich was anderes sage. Oh, das ist auch sehr schön. Immer mal zwischendurch einen kleinen Hit mitgeben, ist immer sehr gut. Immer reinpiksen. Also das ist immer ein guter Trade, wenn du ihm den Gegner einen geben kannst und selber keinen dafür bekommst. Und die Falle brauchst du eigentlich nicht unbedingt. Noch, noch. Aber die Ash, die kriegt schon ganz schön hier was. Siehst du, wie ich der Ash schon die ganze Zeit gebe? Wie viel Geld hast du? 500. Okay, das reicht für noch nix eigentlich. Naja, wir machen auch weiter hier. Ja, machen wir einfach weiter. Verbündete getötet, oh. Oh, ich gehe mal in die Mitte, mal gucken, ob ich da was regeln kann. Hilfe? Nein. Nein, ich dürfte dir nichts passieren. Ein paar mal schön, die werden dich jetzt nicht angreifen. Mal davon aus. Ich gucke mal, ob ich hier diesen... Mit so ein bisschen was regeln kann. Aber ich komme zu spät. Warte ich schon vorbei. Viel vorsichtig, vorsichtig, ne? Ich bin nicht da. Nein, ich wollte das Geld haben. Oh Mann. Lass dich jetzt nicht erwischen, ganz wichtig. In der Zeit, wo ich nicht da bin. Okay, ich komme wieder. Mann, Mann, Mann. Ich gehe mal unter den Tower. Ja, 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 ja. Lalalalalala. Das mit dem Lasthitten... Immer noch nicht so richtig hin, du. Bleib mal beim Lasthitten. Alles gut so. Weitere Lasthitten. Nein, nein. Du musst jetzt... Du darfst die Lasthits nicht verpassen. Wichtiger als alles andere. Wer ist denn? Das ist aggressiv. Warum? Mag dich mal. Irgendwas getan? Nein, 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 nein. Nichts getan. Du hast... Er mag dich halt einfach nicht. Ich laufe hier nur rum. Lutsche ein bisschen an den rum. Ab und zu mal. Mehr mache ich doch gar nicht. Lutsche auch gerne an anderen Leuten. Mann. Ich will die eigentlich nur ein bisschen ärgern. Oh oh. Oh oh. Bleib mal da. Weiter Lasthitten. Weiter hier, 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 hier. Die können das ja noch nicht viel. Komm her. Die Falle, die geht so schnell weg. Die brauchst du eigentlich nur wirklich legen, wenn einer direkt gleich reinläuft. Ja, okay, sorry. Trotzdem bringt es das nicht. Das ist die beste Falle der Welt. Naja. Die Landingphase ist jetzt eher nicht so spannend. Du kannst aus dem Dschungel da rauskommen, weil die scheinen hier ein Wort drin zu haben. Würde mich die Escher da drin nicht treffen. Schön. Landingphase langweilig. Lalalala langweilig. Oh, jetzt kommt die Diana. Das ist schon mal gut. Ne, ne. Kriegen wir nicht, kriegen wir nicht. Die sind zu schnell weg. Aber jetzt können wir uns den Tower holen. Jetzt haben wir immer die Minions hier. Die kleinen Schweinchen. Komm her. Komm her. Komm her. Schön auf den Tower gehen. Versuch's. Okay, wir müssen weg, 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 weg. Das ist der Ultimate von Twisted Fate. Hier ist er. Den geht drauf, geht drauf. Volles Mad. Einfach drauf bleiben. Auf dem. Den killst du. Den killst du. Aber der Garen killt mich. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich glaube, ich sollte mich nach Hause teleportieren. Ja, das solltest du. Sonst wird's gefährlich für dich. Na. Sehr wenig HP irgendwie, ne. Die Jinx. Ja, die ist sehr, man sagt squishy. Oh, oh. Die ist. Falle drunter, falle drunter, falle drunter. Nein. Zum Tower. Genau. Hauptsache, der killt dich nicht auch noch. Aber es ist egal. Komm, wir laufen. Kein Treffer. Musst du hin? Komm mit, komm mit, komm mit. Nur bei dir. Schönes Ulti. Hab ihn. Ja, tut mir leid, dass ich das... Ja, tut mir leid, dass ich den Kick gekriegt habe. Ja, der ist doch gut. Besser als gar kein. Ich muss da mal einkaufen, endlich. Okay. Wie macht die Ulti den meisten Schaden irgendwie? Je weiter sie weg ist. Je weiter sie weg ist, okay. Also je weiter die... Die macht da zwischendurch so zwei, drei Geschwindigkeiten. Soll ich mir Beinsschienen des Berserkers holen? Du kannst dir eigentlich genau das gleiche kaufen wie vorher. Mit dem Kerl. Ne, erst... Erst Alpha oder erst... Alpha? Also, frühere Gegenstände... Riesenschwert und Alpha. Okay, kauf dir... Laufstiefel. Ja, genau, kauf dir erst Eifer und normale Schuhe. Noch nicht die Beinsschienen des Berserkers. Äh, würde ich noch nicht direkt. Okay. Es ist aber halt relativ wichtig, dass du schnell kaufst. Diesen Schwert kann ich mir noch nicht leisten. Was leisten? Du musst jetzt mal langsam rüberkommen. Hier. Ah, los jetzt. Komm zurück. Ich hab mir ein paar Heiltränke geholt. Geh. Ich komme. Tut mir leid, Steffel. Ah ja. Aus dem Sizer. Da, 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 da. Schöpfe, schöpfe. Oh, schön. So, dann haben wir hier ein paar Items mal. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Du stehst hier zu nah dran. Das ist mein Ding, Alter. Passt da nicht so nah ran. Den dicken hole ich. Aber dann gibt es mehr Geld für dich. Das ist so ein kleiner... Trick. Trick, trick, trick. Und track. Ja, ja, geh mir nicht auf den Sack da. Schön. Der will immer Stress. Ich mache hier nur meine Nase. Komm her, komm her. Okay, der eine Alistar hat keinen Flash mehr. Sehr gut. Der ist ja witzig hier, der kleine Auf-Esser-Kerl. Der Spiele. Ich spiele es heute das erste Mal übrigens, ne? Ja. So, das dürfte jetzt ein Kill werden. Ich spuck sie zu dir und kill sie. Och. Nee, nee, jetzt nicht mehr. Reicht. Ein Tower. Irgendwie komme ich da nicht zum... Du hast... Ja, du hast jetzt weiter gelastet. Das ist gut. Aber nachdem ich sie aufgegessen habe, hättest du einfach die halt... Wie vorhin, ne? Falle drunter. Ach, die Falle. Ja, ja. Falle vor mich. Dann kommt sie gar nicht mehr weg. Dann ist es für sie echt Ende im Gelände. Hätte die Falle machen müssen, ne? Ja. Das tut mir leid. Die Ash ist sehr unbeweglich. Ja, tschau. Ich muss daran denken, an die Falle. Habe ich nicht dran gedacht. Das macht nichts. Das ist ja, ne? Das ist ja learning by doing. Komm, den holen wir uns. Nö. Ja. Oh, da kommt ein Mastery. Ja, ja, ja. Okay, dann. Ja, kommen einfach alle Leute. Flash! Kannst du? Ich kann keinen Flash. Ja, du hast ja keinen Flash. Wie einfach alle kamen. Oh mein... Was ist das denn? Ja, das ist immer so ein bisschen... Naja. Vielleicht sind die auch alle in einer Gruppe. Die Schweine. Ey, die kamen einfach alle gemeinsam. Es klingelt jüngst an meiner Tür. Ich muss da mal schnell aufmachen. Geh da mal schnell hin. Einfach alle kamen sie. Was soll ich das denn... Wollt ihr dagegen machen, Mann? Geht doch nicht. Das ist heute das Riesenschwert. Wollen wir mal ein bisschen Kohle für, ne? Was? Wofür hast du keine Kohle? Riesenschwert. Ne, ne. Noch hab ich jetzt. Hau mal dein Ulti an unserer Tower. Go. Schnell. Unten an der Tower. Da hin. Ulti. Go. Ja, mach. Ja, ja. Das sieht nicht schlecht aus. Na, schade. Aber hätte was werden können, im Prinzip. Das sah echt gut aus. Ich hab noch einmal ganz kurz mein Headset ab. Ich bin so aufgeregt. Hätte was werden können. Aber wir gehen auch so eine Chance haben, ne? Sorry. Riesenschwert haben wir. Ja. So. Wir können jetzt gleich auch so durch die ganze Map reisen. Mein Ultimate ist, dass ich mich so einbuddel und irgendwo hin reise. Mal, ob ich die Ashter hinten erwische. Ne, ich glaub nicht. Oh, schön. Ja, leider ist da der Minion vorgewiesen. Ah, ist egal. Die kriegen wir jetzt. Power. Und auf die Ashter. Jetzt. Schön. Gegner getötet. Einfach gekillt. Sehr schön. Sehr schön. Dem is it. Komm mal her zu mir. Steig mal ein. Wo? Zu mir. Auf mich klicken. Und jetzt bist du da. Nice. So. Sehr schön. Ich weiß immer nicht, ob ich... Ne, passt schon. Das ist gut. Den Skill. Genau. Ich bin fast gestorben. Das macht nichts, weil ich hab den ja aufgegessen. Schnell. So. Wie viel Gold hast du? 800 wieder. Okay. Dann versuchen wir schnell den Tower da zu holen. Unsere Bot Lane ist auch unter Beschuss. Ja, aber die Diana ist ja da. Also unser Jungler. Ah ja, okay. Go, go, Power Ranger. Einfach drauf rumlutschen. Einfach immer weiter. Ja. Hier kriegen wir nicht tot. Wir gehen runter. Komm, weg. Jetzt kannst du... Wie viel... Hast du genau? Wie viel Gold? 175. Okay. Das reicht noch nicht. Dann gehen wir jetzt weiter. Obwohl du hast den Launch. Ja, okay. Was wird dir da angezeigt, was du kaufen sollst? Klinge der Unendlichkeit. Beinschienen des Berserkers. Schnellfeuer. Was du aus der Klinge der Unendlichkeit machen sollst. Also was das End-Item daraus sein soll. Klinge der Unendlichkeit ist das End-Item. Ach so. Ach ja, Infinity Edge. Ja, okay. Alles klar. Dann macht das auch mal. 2300 kostet das. Ich soll mir... Ah, nö. Noch. Genau. Du spaß uns einfach darauf. Ich soll mir nicht Beinschienen des Berserkers holen? Nein, noch nicht. Okay. Musst erst ein Item fertig machen. Hier sind wir jetzt im Nachteil, weil ich sehr wenig Leben habe. Müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein, aber ich glaube... Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin ein bisschen zufrieden. Oh, oh. Die wollen auf mich. Das ist schön. Schießt du einfach drauf. Leg unter... Na. Hatte ich gerade schon. Der hat jetzt sein Ultimate an. Das ist gut für uns. Das heißt... Das hat er dann gleich nicht mehr. Während er diese... Nicht auf ein Steinchen. Nicht auf ein Steinchen. Nein, nein. Alles gut. Weil wenn der Typ sein Ultimate gezündet, in der Zeit kann man ihm fast gar keinen Schaden machen. Ah. Das hat er jetzt aber nicht mehr. Sehr gut für uns. Jetzt... Du musst weg. Oh, oh. Aber es kommt wieder dieser Kartenspacko von hinten, Alter. Ja, ja, ja. Oh, fuck der ab, Mann. Ja, das ist ein Ultimate. Der kann sich halt überall hin teleportieren. Das ist für uns ungünstig. Ich habe leider den falschen lang gegessen. Ich hätte vielleicht defensiv essen sollen. Ich hatte keine Dings ready, ne? Keine was? Was ist denn Dings? Keine Flammenfresser. Richtig unter dich platziert. Ach so, ja. Aber läuft der bei uns? Ist ja jetzt nicht so schlecht. Doch. Warte. Komm, steig ein. Steig ein. Wenn ich gleich den Tunnel mache. Ich glaube, wir gehen einfach per Tunnel wieder in die... Ne, obwohl wir können Mitte... Ne, wir gehen in die Lane. Einsteigen. Chut, chut. Ne. Da sind wir wieder. Sehr schön. Ein bisschen Warden gehen. Oh, oh. Ja, ja. Tadadadada. Schön. Einfach zurück zum Tower gehen. Oh, sehr schöne Fallen. Sehr, sehr schöne Fallen, Pascal. Hm. Da kommt der Karten. Noch einer. Bleib beim Tower. Dieser Karten-Spacken. Brauchen hier ein bisschen Hilfe, denke ich. Wollen jetzt, glaube ich, den Drachen mal hier den... Wie heißt er? Drake machen. Ja, aber wir können zu zweit hier nichts machen. Geh ruhig. Bleib in Richtung unseres Towers. Ich kann die nur ein bisschen ärgern. Mehr nicht. Ja. Ja. Ne, egal. Mach weiter hier. Schön, äh, last hitten. Wollte, was ist, wenn ich den Drachen hätte bekommen mit der Rakete? Das wäre gut gewesen. Ja, wollte ich habe ich probiert. Schade. Dann hätten wir... Dann hätte er für uns gezählt, tatsächlich. Oh, okay. Ja. Nächstes Mal. Oh, die Ash macht... Oh, oh. Ja, das heißt wieder, dass der sich irgendwo hin teleportiert, der Arsch. Aber ist egal, er hat sich in die Mitte teleportiert. Nicht zu uns, komm. Wir können weiter zum Tower gehen. Ich habe da ja überall gewordet. Du kannst weiter Damage auf den Tower machen. Dürfen wir jetzt kriegen. Wo wir uns? Sehr schön. Pass auf, da ist der Master Yi. Komm zu mir. Schön, lauf in Richtung des Towers. Die sind hier alle irgendwo. Wir wollen uns haben, Mann. Dann war hier mal... Good Job. Hast du einen Mord hierfür? Ne, ne, brauchen wir auch nicht. Nein, brauchen wir nicht. Mach weiter, mach weiter. Die sind zu dritt, okay. Zurück, zurück, zurück. Ich bin rückwärtslaufen. Probier das zwischendurch immer mal wieder mit diesem Arklick, was ich dir erzählt habe. Nicht so nah ran. Ja, ich muss mit meiner Attacke nah ran. Ja, du kannst dann ja, wenn da drei sind, dann drückst du einmal deinen Coup. Ah, ja stimmt. Falle, Tower. Falle, Falle. Schön. Genau, so jetzt schön reinholzen. Reicht, reicht. Nicht zu sehr folgen, weil die sind immer noch in der Überzahl. Wer kommt jetzt von hier? Pass auf. Bleib am Tower, bleib am Tower. Gut aus, sieht sehr gut aus. Mann, Mann, Mann. So dramatisch. Wir müssen auf diesen, den da aufpassen. Der ist, also nicht angreifen, sondern aufpassen, weil der, der kann dich, äh, ziemlich leicht killen. Die Ash ist am einfachsten zu killen, die da. Jetzt geht's los hier. Woho. Kein Mana mehr. Damage. Ja, das Coup verbraucht halt die ganze Zeit Mana, ne? Ah, ja. Die Karten, Mann, ey. Uh, die standen da alle im Busch drin. Das hat sich zu lös. Jetzt, kannst du ihm noch helfen, oder bist du tot? Ah, nee, du bist, ja, du hast den am Arsch. Ja. Wo ich sagte, der wird dich kriegen. Ja, dieser Garen. Der hat gegen Riven top gespielt und, ähm, unsere Riven hat da leider sehr deutlich verloren. Ähm, ähm, naja. Egal, läuft alles noch. Aber 10, 17 ist nicht so. Ja, ist aber noch nicht so viel passiert. Ähm, wir haben auch nur einen Tor mehr als wir. Insofern, ja, jetzt kommt der Zweite dazu. Aber alles noch schaffbar. Und die, die sind die ganze Zeit zu viert hier auf dem Bottom. Was ist denn da los? So. Ein bisschen Warden. Ui, guck mal, die Ash. Wir können die Ash holen. Ja. Oder den alle ist da. Mann. Was sind die töten, Mann? Der will auf dich, der will auf dich. Geh weg. Oh nein, der ist schon wieder. Ja. Ja, mehr kann ich doch nicht machen. Also kommen die denn immer alle zu vier, zu dritt, zur Bot, Alter. Das ist doch nicht normal. Na doch, das ist schon normal. Ja, für mich aber. Tatsächlich leider. Aber, die Positive, was wir daraus sehen können, ist, die Riven kann vielleicht, ne, kann sie nicht, weil er hier oben noch steht, aber sonst hätte man, irgendwo hätte man mal ein... Läuft nicht. Alter, es gibt auch Runden, da verliert man mal. Wird echt die Rakete von Minions aufgehalten? Äh, nein. Die wird nur von Champions aufgehalten. Ah, okay. Auf keinen Fall. Never surrender. Niemals. Es kann immer noch am Ende irgendwie einer von den AFK gehen. Ach so, sind wir... Ach, unsere Diana ist weg. Oh Gott. Oh Gott. Den kriegen wir jetzt. Schön. Sehr schön. So. Ich muss mal hier ein bisschen warnen. Du pusht weiter, okay? Okay. Du bleibst einfach weiter bei den Minions. Na, Kartenmann. Ja, okay. Lass dich einfach nicht von ihm erwischen. Von den Kartenmann. Ich guck mal, ob ich den Kartenmann kriegen kann. Sieht gut aus für mich. So, Kartenmann. Ja, da ist er. Du kannst weiter pushen. Push, push, push. Ignorier das Gepinge von der. Jetzt können wir zum Drachen gehen. Ich komm da hin. Du hast jetzt links alles gewardet. Das heißt, du siehst, du kannst da schön weiter last hitten, weil du würdest immer sehen, wenn einer kommt. Nö, nö. Lass dich nur nicht von der Ash erwischen. Drachen schaffen wir hier zu zweit. Du musst weiter last hitten und gucken, dass die in den Tower geht, die Wave. Sehr schön. Ba, ba, bam, bam. Warte auf meine Minions. Kannst du ein Ultimate von dir hier hinhauen? Warte. Nein. Ja doch, hier. Da hin. Warum? Mach. Da ist der Kartenmann fast tot. Er ist zu spät, sorry. Das würde schon weg sein. Oh, da kommt der. Hättest du noch machen können. Sorry. Egal. Egal. Das ist ja dein Kill, den du nicht kriegst. Das ist ja egal. Müssen wir das noch umdrehen. 14, 22. Wir spielen 4 gegen 5. Ganz klassisch. Solo-Q. Einer hat immer keinen Bock mehr, weil es irgendwie nicht so läuft. Und geht dann halt einfach. Jetzt musst du zurück. Unbedingt. Ganz schnell. Back. 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 So schnell du kannst. Versuch's. Ah, das wird... Wie schön. Sehr gut. Lauf. Krieg dich. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme schnell. Nein. Wo war Master Yi, Alter? Ich komme, ich komme, ich komme. Mann, ich bin aber gar nicht so kacke dabei, ne? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Mach's nicht. Du bist ja auch ein Profi, was das Spielen an sich angeht, ne? Du bist ja konstant besser. Lerne dazu. Ich gehe mal wieder fort. Wir müssen... Nee, nee, wir müssen jetzt hier hin. Der Garen hat den Inhibitor, das habe ich gar nicht mitgekriegt, mal eben so einfach geholt. Der Inhibitor. Ja, ja, aber also den Tower vor dem Inhibitor, das heißt, der Inhibitor liegt jetzt einfach frei. Sauungeil. Egal, bleibt dran! Hä? Oh nein! Als ob der blöde Kartenmann so viel Schaden macht. Doch, macht der. Ich habe es versaut. Tut mir echt leid. Ähm... Oh, hey, die beiden machen einfach... Die sind so gefeedet, wie man sagt. Das ist unglaublich. Man... Das ist sehr bitter. Zumal ich gerade, glaube ich, einfach mein Ulti verkackt habe. Ich dachte, das fährt irgendwann los. Ich bin jetzt so tot! Ja, ja, die... Das ist der Garen. Der ist halt ein Anti... Also, der ist einer, der so ein Bruiser an den Stast, das ist Anti-ADC-Char. Das ist einer, der... Das ist ein Steinschere-Papier-Prinzip, ne? Er killt halt ADCs ziemlich einfach. Und außerdem ist er mega gefeedet. Der S14-3 hat der... Mh... Probieren wir mal. Läscher dich. Äh... Kriegt er den Gefloat? Pass auf, Leute. Killt jetzt einfach den Nächsten. Boah. Unglaublich. Der Typ ist so... Strunk. Wo liegt deine Falle? Nein, nein. Die haben es ja wieder geschafft. Egal, weg, 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 weg. Nein. Trotzdem kein Surrendern. Man surrendert. Mach du die Minions, mach die Minions, mach die Minions. Minions? Pass auf dich auf, wenn der Kartenmann kommt. Wie du ihn nennst. Twisted Fate heißt er. Ha. Denkst der Ash. Ich war fast tot. Wer ist tot? Ich war fast tot. Naja, ich hab das Ulti von der Ash gebrobt. Hör, die kriegst du. Bleib einfach dran. Oh, ist das schwer gegen den. Aha. Uh, der Typ. Ja, wir halten uns gut, aber der Typ ist halt einfach echt zu gefeiert. Krass. Krass. Mach alles drauf, was du hast. Okay. Unten. Mach du Botlane. Ich muss mich einmal heilen gehen. Weißt du, ich sehe es einfach so, auch wenn wir das Spiel jetzt verlieren, was höchstwahrscheinlich ist, weil wir halt wie gesagt nur vier sind und der Garen wirklich gefeiert ist, aber trotzdem ist alles Training, ja. Auch der Versuch, hier irgendwie wieder zurückzukommen, ist Training. Oder einfach der Spirit. Was sagst du? Ich versuch mein Bestes. Sehr schön. Geh zurück in die Base, wenn du kannst. Na, mach alles. Wir machen es ihnen auf jeden Fall schwer. Wir lassen sie nicht einfach gewinnen. Oh, Master Yi, echt? Entschuldigung. Sag doch, dass du Ulti ist. Ich wollte ja, ich dachte, du schaffst das vielleicht nicht. Ich wollte dir sonst helfen. Naja, aber wenn du es sagst, kann ich dir den Kill lassen. Ich brauch dich jetzt ja nicht als Support. Geh mal nach da. Top. Ja. Ach ne, 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 Blackboard. Entschuldigung. Ich dachte, du bist die Riven, die bei mir gerade ist. Aber das war ja. Riven war ja die Riven. Das ist der klügste Spruch. Ich glaube, der geht auch in die Historie ein. Die Riven war die Riven. Ja, ich bin dabei, hier alles zu retten, Leute. Nein, das nicht, aber... Immerhin, verbündete Inhibitor wurde wieder aufgebaut. Soll ich fort weitergehen, oder? Nee, jetzt reicht's. Jetzt musst du, glaub ich, zurückporten. Oh, oh. Zurückporten. Der wird zu dir kommen. Scheiße. Weil du das, äh, einfach so ziehst. Nein, der kommt zu mir, okay. Oh, lol. Scheiße. Mann! Du armer. Twisted Fate, ja. Äh, gedrehtes... Was heißt das? Verdrehtes Schicksal, oder? Übersetzt? Ich glaube, ja. Verdreht meinen Arsch, Mann. Weißt du, worauf ich noch hoffe? Dass die einen ganz dummen Baronplay machen und wir sie dabei erwischen und danach das Spiel finischen können. So schön. Die gegen fünf. Das wär so überragend. Oh, da sind hier zu viele. Ja, weg. Weg, 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 weg. Ihr seid drei gegen vier. Obwohl... Wenn die Riven reingeht... Nee, aber... Nein, weg. Oh Gott. Renn. Renn. Zum Tower. Zum Tower. Zum Tower. Zum Tower. Nein. Und weg. Siehst du leider auf der falschen Seite des Towers. Musst hier so hin. Dann können... Komm. Bin da. Auf Tisted Fate. Eeeen. Jaja, geh mir nicht auf den Sack. Schöhn! Nein! Ich bin tot. Oh, wo bin ich denn noch gestorben? Ja, ich... Wir hatten... Warte mal, wir hatten... Ah, Sunfire Cape durch die Rüstung, die tickt halt und macht dabei Schaden. Spannend. Ja, wir sind tapfer. Ihr gegen fünf. Ach nee, die Diana ist ja inzwischen wieder da, ne? Okay, dann ist er sogar wieder gegen fünf. Das ist Sunfire Cape. 30 Sekunden, dann nehme ich wieder, ja. Bedauerlicherweise muss ich mich zurück... Intens! Richtig intens. I'm so aufgeregt, ich kann gar nicht mehr so richtig aufpassen, was du machen wolltest. Alles, Mann. Ich habe auch überhaupt nicht geguckt, was du kaufen musst. Fast nur. Vor mir! Weil du so gut bist. Ja. Als nächstes kaufst du dir wieder den Blutdürstern, wenn es geht, ja. Wenn ich schon bei zu machen. Okay. Sehr gut. Mitte kommen? Kommst du mit dir? Ja, ich bin da. Oh. Hm. 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 Da, sehr schön. Aha, aha, aha. Hier sind sie alle. Alle hängen hier irgendwo rum, bis auf den Meister Yi. Der kommt gleich von hier unten, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also, halte ich, halte ich schön zurück. Wir haben hier rechts keine Vision. Deswegen gehe ich hier rein. Aber keine Watt. Tön! Nein, nein, schade. War sehr, sehr gut, eigentlich. Oh, die Ash ist tot. Das ist super. Nein! Der darf nicht, der darf nicht, der darf nicht auf dich. Kriegst du den? Wenn wir den killen, ist er so gut wie gewonnen. Schönes Ding. Sehr gut aus, was wir hier machen, Pascal. Oh, ich bin fast tot. Ich muss weg. Ja, noch kann ich dich retten. Jetzt geh aber trotzdem weg. Ich muss kaufen. Ja, 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 ja. Und mein Leben regenerieren. Ich geh weg. Okay, der Yi kommt, pass auf. Aber egal, ich glaub, du musst... Geh hier um die Ecke. Geh hier hin, geh da hin zum Porten. Ja, egal. Ja, die Potter ist auch egal. Potter. Ich weiß gar nicht, was ich nur kaufen soll. Nur sich trafen. Ah, ist mir... Und, wir holen uns Drachen. Oh, oh. Nein, nein. Oh, sehr schön. Du bist noch weggekommen. Knapp, wa? Ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Oh, man, das ist so spannend, ne? Ob wir den kriegen. Nein, weg! Nein, weg! Scheiße! Kannst du zu mir irgendwie umdrehen? Alter, ein Schlag und ich bin weg. Ja, der ist halt echt strong. Der Typ, ey. Der Garen ist wirklich stark. Aber wir haben auch eingekillt. Und oben sieht's gut aus. Wir kriegen oben vielleicht den Tower. Meine Ha... My Heart! Ich werde ihr da verlieren gegen die Beine, wenn der nicht weggeht. Oh, das hat noch einen Kollegen. Nice. So geht's los hier. Alter, nice. Richtig nice. Nice. Ein S hast du gemacht. Nein, nicht ich. Wir als Team, ne? Ein S, ne? Hat jeder sein Poppister dazu beigetragen. Die können mir nix. And on my Grey Hill. Ich komme zu euch. Ich glaube, die wollen Drachen machen. Ich gehe da mal mit Drachen machen. Pass auf. Immer wenn dieser Kreis über deinem Kopf kommt, kann es sein, dass der Typ zu dir portet. Der ist jetzt hier. Ja, da. Jetzt wollen die Drachen machen. Ah, ist egal. Der ist nicht so wichtig, der Drache. Ja. Oh, oh. Da muss einer hin. Ah, die Riven geht. Okay, alles klar. Kein Ward mehr. Hast du noch einen Ward? Oder die Riven noch einen Ward? Hat irgendjemand noch einen Ward? Na, Baron können wir jetzt nicht machen, ey. Dafür haben wir zu wenig Tower. Die gehen alle Mitte. Ja, wir müssen jetzt in die Base. Aber nicht da porten am besten. Ehrlich. Egal. Passt. 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 Okay, der hat kein Ultimate mehr. Weg! Mit dir! Das war es. Nein, das war es. Naja, wir haben uns gut geschlagen. Wir haben sehr lange zu viert gespielt, denke ich. Boah, Mann, Mann, Mann. Naja. Schade Schokolade, ne? Das war spannend. Shit happens. Lass uns nochmal nach Damage gucken. Nun warst du wieder Zweitbester im Team. Naja gut, na, Zweitbester. Aber reicht! Dieser Twisted Fate, dieser Kartentyp und der Garen, der Top-Lainer, die waren einfach zu stark. Die waren gefiedelt wie sonst was, ne? Ja. Ja, weil wir eine Weile nur zu viert waren, ne? Deswegen konnte der Django da machen, was er wollte und der Garen oben wurde halt dick. Aber war spannend. Ja. Ich bin traurig jetzt. Ich auch. Ich gehe emotional fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in unserem zweiten Spiel schon die erste Niederlage haben.